Ist schon das geil, wenn du so den Taunt von Zed spammst, weißt du? Der Zed macht übelsten Müll, aber sein Schatten macht ganz normal weiter. Easy. Hei hei, warte mal. Ich kenne jetzt mal vor so ein zwölfjähriger, klaut seiner Mama über die Kreditkarte und gibt da irgendwie tausend Euro und Leute an einem Tag. Was hast du damit gemacht? Ich hab mir alle Skins gekauft. Hat doch keinen Champ am besten, außer die, die free sind. Ja, nur generell in Stufe 7. Ja. Mehr braucht man nicht. Ja, in Stufe 7 und Level. Alter. Ich moitere sowohl mein Geld hin, ich hab jetzt alle Skins in League of Legends. Ich bin aber erstmal vor laufende Kameraden zum Stream verdroschen, weißt du? Ja. Du Sohn deiner Ziege. Ja. Dann kriegt er ein bisschen Plastiksprengstoff ums Meul gesperrt und dann wird er hochgejagt, der das passt da. Das muss das noch richtig selbst sein. So ein Typ, der übel viel Geld gepayt hat, hat alle Skins in League of Legends zu Würde wegen irgendwas Gefährmer beim Alter. Ja, dann meinst du erstmal ne Runde. Du brauchst ja locker, du brauchst über 1000, vielleicht sogar über 2000, ich glaub es kommt hin, über 2000 Euro, um alles günst in LoL zu kriegen. Ich meine, ich hab ne Menge reingepayt und ich hab nicht anherends alle. So. Ich hab nicht mal für jeden Stream geleistet. Hast du mal nachgeguckt, wieviel du insgesamt ausgegeben hast? Ja, ich hab glaub ich 570. WTF? Krank, oder? Easy peasy. Geht ja noch. LoL ist einfach zu krank, das Game. Das macht mich kaputt. Naja. Guck mal, ich tanze hier den Schlankentanz. Du rufst an? Ich leg auf, ja? Ich hab keine Maustaste. Warte mal. Nuketeam 123 ist der Jhin. Alles klar. Ah, der hat keine Ult, warum fightet er dir denn? No. I didn't play him for a long time. Nein. I'm bad at him. Gut. Gott sei Dank braucht die Ulti so lange von dem mehr. Er hätte direkt gehen müssen. Er hat ja gesehen, ich weiß ja, dass ich geknallt habe. Aber er hat vielleicht schon was vergessen. Oder wie sag ich den sat em die empresse? Oder wo´ andere lernen sollten? Weil das coding n vivre . Freitag! Ich muss mich erst schnell halten. Okay, ich bin... Auf dem Weg. Wer ist der überhaupt bereit? Wilhelm Rang haben alle machen können nicht. Wir können da richtig was machen eigentlich Ich hab noch nicht neid Das war so clean, Alter, holy shit Ich mag den Hupfhundsfleisch überhaupt nicht Komm weg, komm weg, komm weg, komm weg, der Jungloster Ich kann mal bot landen, ich hab ritz Schöne lande Boah, leu, wie war ihr, Alter Scheiße, ich hab keine Wanda mehr, absolut gar nicht Ich kann auch einen Hupfhund machen Oh Gott, war das schlecht Nein, meine E kam nicht mehr durch Nein, meine E kam nicht mehr durch Aber das war schlecht von mir Ich komm von oben Ich hab wiederholt, ich komm von hier Schöner Flasch Schöner Flasch Okay, das geworden Schöner Hupfhund Loil Oh, die Vaurus-Ult Schade, Mann Loil, wir haben ihn noch gekillt, bevor die Ult durchkam Sauber, grad ein heftiger Burst Ja, ich mach übc Schaden im Förder Na dann, let's push Oh, 3-0 Meine Ult war ein bisschen Overkill, aber ich glaub Ich hab ja auch nur geknettet Ist eigentlich eh egal, ich hab so wenig cooldown da grad drauf Wow, der Rise, ey, der ist zu ein Gott Ich kenn nicht mal das ist Oh, leil Achtung, du krass, Agro Hehehe Ich meine, ich weiß ja, dass mein Set schlecht ist, ne? Aber der Rise, der war halt noch zehnmal schlechter auf seinem Champion Ach, das ist tryhard, weil wir zu 4-Band gehen Wir machen weiter Damn tryhards, Alter Okay Okay, wir machen doch nicht weiter Naja, lieber nicht Ich hab Angst vor der Warne Loil Loil Der Leer, Alter, der will rein Nice, das ist Oh mein Gott Los Schön Voila Loil, der Nasus ist ja auch da Jetzt bin ich auch mit Balder Ja, der Nasus Ich kann's nicht dann, ich hab Wohl Nice Schön auch Mann, ne Die Brett Vor der 400 Thresh Na Benni, erinnert sich das Game an Hehehe Schnauze Weil der läuft halt über heute Jaaaa Jaaaa Oh 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 nein Da ist der End-Boss Das jetzt Lass mich boorfen Oh mein Gott Oh, ich kam nicht weg, ich hatte Igniter auf mir Egal Nasus ist tot Oh, ein dicker Shutter Okay, mein Shutter war sogar noch fetter Scheiße Hey Wow Wow Ihr macht das ganz klasse, Leute Ich geb mein Besties Oh, jao, der Leer ist clean Ah, meiner Och, nö Und da kommt noch ne U1 Ich kann die Stunnen Ich kann die Stunnen Ich kann die Stunnen Ah, okay, die geht nicht rein Oh, fuck Das war scheiße Okay, war vor ein Oh, lol, mach nicht Schaden, Alter Nein, da ist Minion davor Ah, das hat gereist Scheiße Schmaß Ich hab Bock Mich schiebest du es Jaa Ich hab jetzt redlich gebracht Jetzt wird alles gut Boah, kack sei Dank Hab ich den noch totgekriegt Das wär so schlimm gewesen Nein Why? Warum? Why? Wieso kommt die mir immer entgegen? Ach, kacke Surprise, surprise Oh, oh Ich glaub die machen grad Baron Äh Hier gibt's ne Botlane Für die Bitten Ach, komm schon Alter, diese Wild hat halt absolut keinen Counter Bei Aero ist schöner Huckmann Danke, Dennis Okay, Nasus ist hoch TP Ey, das ist aber übelst gut, dass Nasus jetzt hoch TP ist Sonst hätte der Botlane übel was holen können Blö, das war so schlecht von dem Nasus Oh shit, auch ein schlechter von mir Ne, aber passt Der Nasus hat's absolut anwurf gemacht für dich Ich bin Kamer, sie sieht Ja, wir müssen versuchen sich am Leben zu halten, genau so ist Oder wir töten ihn einfach Das ist auch ein guter Plan Äh Uh Alter, mach ich Schaden Die Sin Guns ist Chin Ja, vielleicht doch nicht Oh nice, die Sin Ah, er hat keine Watt mehr Oder keine W Nein, mein Shadow Fuck my life Tritt Hab'n 5 Sekunden Ulti Nice Schade Oh god, alles gefehlt Geht's best Verlachter Da kann ich ihnen nicht helfen Achtung, die könnten runterkommen Die Shyvana, die ist halt so useless, sorry Aber die lässt sich die ganze Zeit catchen Die steht 2-10, Alter Kann man denn so oft gecatcht werden? Ich muss back, ne? Obacht Schau mal jetzt mein Knights, wow Kommen wir mit lanen Die kommen auch Ne, wild bleibt top Oh man Time to run Ähm Fuaaaas Trouta, dusch Ja Shit Eine cool Nein Nein Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Alter. Fuck. Wie kriege ich diesen Hasus tot? Also wir brauchen echt Benny und er muss absolut in der Backline stehen, sonst ist Ripp. Und wir brauchen vor allem noch einen Shyvana am besten mit dazu im Teamfight, weil wir die ganze Zeit viel gegen Wub kämpfen. Oh, der Tor. Ja, Shyvana wäre auch gut. Die kann eigentlich auch gut für dich spielen, weil sie die ganze Zeit dem Gegner aus dem Carries auf dem Sack geht. Alles. Ja, weil Shyvana endlich sind, machen eher die ganze Zeit so Bullshit. Ja, boah. Kommt der Kick. Ja, der Kick war nice. Komm jetzt hin. Kann ich mal sterben? What the f... Ich muss wieder weg. Was geht denn hier ab, Alter? Oh, doch nicht. Oh, der ist schon tot. Oh, Dominik, so viel. Bidi. Oh. Let's. Scheiße, ich konnte nicht mehr jumpen. Ich glaube, ich habe mein Shadow sogar gesetzt. Ja, mein Shadow war gesetzt. Ja, mein Shadow war gesetzt. Oh, der weiß. Der weiß doch aus. Oh Gott. Nein, der hat noch... Oh Gott. Go, Shyvana. Boah. Nice. Ja, Shyvana regelt das. Die hat... Hä? Warum killt die den Genish? Ach, egal. Scheiß egal. Die soll pushen. Bin doch schon aufm Weg. Ich bin doch schon aufm Weg. Sieht aus, ist Sonic. Ey, hier. What the fuck? Der ist alleine der oder was? Ich dachte, da kommen wir zu mehr. Ja, doch. Ein echtes Team. Der hat mir wahrscheinlich im Stich gelassen. Hahaha. Alle einfach rausgegangen. Ach, nö. Ich brauche Blue-Buff. Ich brauche Blue. Raus, 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 raus. Schalt's ja auf. Schalt's ja. Da haben wir Spawn. 5-4-3-2-1. 5-4-3-2-1. 5-4-3-2-1. Ja, näh. Ja, ich kann nix machen gegen die Boy. Scheiße. Aber ich glaube die können finishen. Ich kann die alleine nicht abhalten. Oho. 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 Bei mir ist Pirin. Sonst hätten wir ein Problem, ich weiß nicht, was die jetzt alles holen können. Auf jeden Fall ein CP auf Botlane, äh Toplane da, okay. Toplane ist zum Glück übelst rausgepusht, Botlane auch, die können höchstens mitlernen, in der Polen mehr kriegen, die nicht schön. Soll ich meine Mobi-Woods verkaufen? Aber die Y hat schon wieder old safe. Y ist so dumm im Late Game. Boah, der Gin, ey! Langsam müssen wir Leute respawnen, sonst finischt ich euch! Ah, das ist GG! Oh mein Gott! Nein! Ich kann nicht mehr sterben, weil wir haben es defended. Los jetzt. Baron. Ja, Baron. Geht für Baron. Ich hab 5.000 Gold. Löffel. Oh, Lee Sin hat die Q gemisst. Ähm, geh mal lieber mit dem Pit rein. Ähm, Benni. Eh, ja. Sonst killt der Nasus dich. Ich bin der Kopf. Er lass es Konto wach. Nein, ich falle. Ich muss den Schwimmelblum. Okay. Dann lass ihn da sein. Nice. Der ist schon wieder. Ne, vorhin hab ich uns von genommen. Ne, ne. Der Ryze kam grad in uns rein. Was macht denn der Typ, Alter? Kann der Turret bitte sterben? Danke. Okay. Wow, das ist... Ich hätte mal den Turret fokussen sollen. Scheiße. Ich hätte mal den Turret fokussen sollen. Nein, das ist gut drin. Oh, oh, oh. Hilfe! Haha, ein GA, du Vogel. Ähm, das ist eine Wahrheit noch. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Warum denn heute? Nein. Ach. Ich bin nicht mehr da. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Lier.